Hi Freunde, ich bin LittleCopySpray oder einfach nur Yannick und ich... Ich mache jetzt seit 13 Jahren YouTube und ich habe gerade wirklich angefangen das Video, in dem mein Mikrofon da hinten war. Ich habe keine Ahnung, ob man irgendwas verstanden hat. Hi, ich bin LittleCopySpray oder einfach nur Yannick. Bin auch neu auf YouTube, wie ihr merkt. Ich wollte euch nur eine ganz kurze Info geben. Für alle Leute, die sich freuen auf Undertale, auf Undertale-Fangames, auf Deltarune. Ihr habt genug gerufen in den Kommentaren. Es gibt jetzt einen eigenen Undertale-Kanal. Klickt jetzt auf den ersten Link in der Beschreibung und lasst ein Abonnement da. Dort erwartet euch auch schon das erste Undertale-Projekt und dort wird jetzt täglich Undertale-Content kommen. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, welche Fangames ich mir mal angucken sollte, welche Routen von irgendwelchen Fangames. Schreibt das alles in die Kommentare. Bombardiert diesen Kanal, lasst den Algorithmus rödeln und ja man, ich freue mich auf eine schöne Zeit in Undertale. Und auch die neuen Deltarune-Chapter werden alle auf diesem Kanal landen. Das heißt, falls ihr Bock habt auf diesen Content, abonniert gerne den Kanal da unten. Das war ein kleines Info-Announcement. Und jetzt schiebe ich mein Mikrofil hier weg. Ich habe keine Ahnung, ob man mich da hinten hören kann. Aber, äh, ciao!